Miet-Miet-Teleptement Neeee... Ja liebe Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's play Monstrum und man sieht ist bereits das Licht, es flackert wieder wie wild Was für uns bedeutet, dass böse Dinge in der Nähe sind Und wir uns jetzt nicht unbedingt aus unserem Versteck raus wagen Sollten und Und wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall schon ordentlich Dinge gefunden, aber wir wissen immer noch nicht genau, mit welchem Vieh wir es jetzt eigentlich zu tun haben. Wobei ich wirklich vermute, dass es wohl dieser komische Geist-Macker-Typ-Stummelwein ist. Schauen wir einfach mal, ne? Schauen wir einfach mal. Spätestens dann, wenn er uns umbringt, werden wir es ja herausfinden. Das Licht flackert immer noch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So was. Finde ich nicht toll. Ich bin gerade am Überlegen. Beim Schlauchboot. Wir haben die Luftpumpe. Wir haben... Die Shane-Spur. Shane-Spur. Ich glaube, uns fehlt noch Duct-Tape, ne? Kann das sein? Ich glaube, uns fehlt tatsächlich noch Duct-Tape. Ja, schauen wir einfach mal, ob wir das Ganze noch finden werden. Das Licht hat aufgehört zu flackern. Und ich würde eigentlich... Leck mich doch, du blöde Kamera. Alter. Ey, dass die sich immer dann hindreht, wenn du gerade... Hast du das gesehen? Was? 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 Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gesehen? Das ist voll die Mobbing-Kamera. Weißt du, du kommst raus. Die guckt gerade so weg. Aha! So macht die. So macht die. Hallo. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind diese Kameras, ne? Guck ich hier eben kurz rein Selbst schuld Ah, guck mal hier, eine Eieruhr Super Weißt du was, ich werfe einfach mal Ich will das Schweißgerät, ja komm, wir werfen das Schweißgerät weg Wir werfen das Schweißgerät einfach mal weg Weil ganz ehrlich, das erwartet ihr Noch nicht ernsthaft von mir, dass ich mit dem U-Boot abhaue, ja, das wäre doch Also das wäre ja wirklich ein bisschen Zu viel verlangt, das wäre tatsächlich ein bisschen Zu viel verlangt, glaube ich Eine Cola-Flasche Sehr schön Wo sind wir jetzt gekommen? Von da hinten, ne? Da ist wieder Genau, von hier sind wir gekommen Und hier würde ich gerne weiter Wenn da nicht diese beschissene Kamera wäre Verstecken, boah, alter Das ist in der Richtung Da ist Offene Tür, alles klar Wir gehen hier lang So Und hier ist noch eine weitere geschlossene Tür Ist hier vielleicht irgendwas von Interesse? Mh, irgendwo ein Bett hier vielleicht? Ein Buch liegt da Hier liegt noch irgendein Zettel Kann ich nicht aufheben Kann ich nicht aufheben, den Zettel Alles klar, soll mir recht sein Ähm Ductape Jürr, warte mal Was werfe ich weg? Waff, 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 waff Was kann ich wegwerfen? Ähm Boah Ich werfe mal die Taschenlampe weg, oder? Ganz ehrlich, komm Weg damit So, das sammle ich ein Und ich würde mich sonst ganz gerne jetzt mal zum U-Boot begeben Das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal wirklich machen Dann ist die beschissene Kamera Die Kamera hat da wieder umher Nein, halt dein Maul Halt dein Maul Halt dein Maul So Wir gehen jetzt das Treppenhaus hoch Und wir geben uns jetzt einfach mal zum Schlauchboot Schlauchboot, Rettungsinsel, was auch immer Ich hab keine Ahnung Ähm Was? Da war nichts Das Licht, es flackert schon wieder Und ich weiß jetzt schon, dass das wie gleich Uns in die Arme springen wird Ich weiß es, ich weiß es So, Bridge Bridge, die alte Bitch Ich mach noch kurz die Tür zu So Liegt hier sonst noch irgendwas? Macht die Tür Macht die Tür zu, Alter Mann So, wir kommen doch sicherlich auch von hier aus nach unten, oder? Bestimmt Yeah, genau Hier wollen wir Ja, wer saust denn da gerade entlang? Ja, moin Habt ihr das gesehen? Habt ihr das Habt ihr dieses kleine Dreckspiel gerade gesehen? Ich glaub das echt nicht Da wartet er direkt beim Rettungsboot Ich glaub, es hackt, du Ich glaub, es hackt Ich kann mich hier nirgendwo verstecken Na super Kann ich nicht unter das Bett? Oh, ich kann wirklich unter das Bett? Oh, das, das hätte ich Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Aber ich kann nicht nach rechts gucken Ich kann unter das Bett Aber ich kann nicht nach rechts gucken Soll mir recht sein Haha Ähm Ja Mist, wie? Weißt du, da sehe ich nur so ein lila Schleier umherhuschen Natürlich Fühlig klar Wartet er beim Rettungsboot Ist der völlig klar Wahrscheinlich nehme ich gerade überhaupt nicht auf Sondern hab aus Versehen auf Livestream gedrückt Und der guckt das gerade bestimmt Deswegen weiß er, wo ich bin Und was ich vorhabe Ich bin mir sicher So Ja, komm, kriecht er raus Hör, dieses blöde 11.45 Uhr Wo muss ich jetzt überhaupt Hello Hello Ich hab ne Sicherung Ich warne dich Ich werd sie einsetzen, wenn's nötig ist Boah, Alter, geht's noch lauter? Geht es noch lauter? Das sieht mich doch hier, oder? Hier war doch irgendwo Genau, hier ist so ne wunderschöne Kiste Da, komm Ich geh mal hier kurz rein So Ich bin hier nicht Ich bin hier nicht Irgendwas hab ich gerade aktiviert Irgendwas, was gar nicht gut ist Ich dachte, ich kann doch irgendwie die Die Spule da irgendwie einbauen oder so Ich Da geht's doch schon wieder los Äh, dieses Mist, wie, ne Ich, ähm Ich glaub, da braucht man so ne Nachdenkschelle Weißt du, einmal so richtig Komma, klar, Kollege, ey Was denn los? Wenn er mal Geräusche machen würde Weißt du, wenn du mal wüsstest, wo er ist Na gut, er Okay, er macht Geräusche, ja Aber Nur wenn er sauer ist, ne So, was wollte ich gerade sagen Ich hab Ducktape Ich warner dich Ich setz es ein Wir kleben ihn einfach irgendwo fest Oh, das ist ne gute Idee Wir kleben ihn einfach irgendwo fest Das wär, oh, das wär doch ne super Idee Ist er weg? Ich glaub, er ist weg Das Licht ist flackert noch Der Geist ist in der Nähe Er ist noch da Er ist noch irgendwo Irgendwo ist er noch Irgendwo flaumelt er hier noch herum Da kommt das Ding rein Ich sag's dir Ich schaff das diesmal Diesmal reiß ich Und ich werde heute Sowas von auf Safety first gehen, Alter Sowas von auf safety first gehe ich heute Das glaubt ihr gar nicht So, wir warten nochmal kurz Weißt du, Türen aufmachen Kannst du tausendmal in diesen Spielen, ne Die machen unglaublich viel Krach Die ganze Zeit Weißt du Und dann setzt du einmal Oder machst du irgendwas kurz an Weißt du, aktivierst irgendwas Da kommt er wieder angedackelt, weißt du Da kommt er dann wieder angedackelt Ist wieder typisch Ist echt, äh Wenn das so weitergeht Rufe ich hier bald echt die Ghostbusters, du Das kann doch echt nicht so weitergehen Aber die männlichen Die weiblichen mochte ich nicht Nicht, weil sie Frauen waren Sondern ich mochte sie einfach nicht Ja Ähm Weil eigentlich können auch beide kommen Ist mir relativ egal Hauptsache sie Sie entfernen dieses Vieh von Von diesen Anglitz dieser Erde Ähm Duct tape Wuhu Aber natürlich Der Typ, der hat echt Skill, Alter Der macht einmal Zu Der hat richtig was drauf Der hat richtig was drauf, du Äh Äh, ja und jetzt Pumpi, pumpi Was denn Ne Klebeband Machst du einmal rauf Alles zu Pumpen musst du öfters Ist logisch Ist logisch Jetzt pumpt das Teil doch auf Ist in Wirklichkeit einfach nur ein Kondom In meiner Größe So, jetzt pump Boah, Alter Du bist echt Boah Äh, äh, äh Licht ist noch Nicht am flackern Das ist schon mal schön Wie pumpt sich das Teil denn auf, Alter Das formt sich ja richtig merkwürdig Alter, jetzt Armeine Komplit Okay Jetzt muss ich was machen Ich setze das Teil einfach mal dahin Das Teil setze ich da auch einfach mal hin Nehm das mal in die Hand Ich nehm gar nichts Ach ne, ich kann gar nichts in die Hand nehmen Es geht gar nicht Down, äh, oh Left Zu laut, zu laut Jetzt kommt er wieder angedackelt Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder angedackelt Ich hab, ich, ich verspure gerade gute Chancen, Alter Ja, Leute, ohne Scheiß Ich verspüre gerade gute Chancen Ähm Auf eine Flucht Wir warten kurz Wir warten kurz Wie gesagt, wir gehen heute auf Nur mal sicher Ich hoffe, der findet mich hier drin echt nicht, ne Zu sicher Oh, was war das Ich hab wieder irgendein Geräusch gehört Ist das dieses, dieses Grummeln, ne Ist das vielleicht das Geräusch, wenn er irgendwo Türen aufmacht Ich weiß es echt nicht Ich dachte, ich hätte jetzt hier irgendwas gemacht Oh, ach so Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden Was macht die Kette da genau Was macht die Kette da? Ich hab keine Ahnung Wo muss ich das denn ranmachen? Einfach hier an, an die Spitze, ne Kann ich das nicht irgendwie Oh ja, ich kann das tatsächlich Ach so Okay Er kommt Er kommt Er kommt Er ist nah Der ist nah Er ist nah Ah, okay So, er kommt Ich hab das Licht flackern gesehen Das war zu viel Krach gewesen Das war zu viel Krach gewesen So, okay Komm, wo bleibst du? Wo bleibst du? Komm her, los Komm her Ich hab keine Angst vor dir Ich spür's dir Wenn er gleich den Kran kaputt macht, ne Ist er wieder weg? Dafür war die Taschenlampe Nicht immer ganz gut gewesen Du konntest immer sehen Die Taschenlampe flackert ja auch Und du konntest eben halt immer sehen Ob er gerade in der Nähe ist Oder in der Nähe von dir, ne Wobei du hast ja sowieso überall Lampen In der Nähe von da Ja, ist ja alles gut Kein Geflacke Hängt der schon? Hängt der? Ich hab ein Geräusch gehört Ich glaub ich muss gleich mal kurz Ich glaub ich muss mal ganz kurz Hier einen Anruf betätigen Wartet mal Ja, hallo? Ja, sind da die Ghostbusters? Ja, ich hätte hier Ich hätte hier einen kleinen Vorfall zu melden Genau, ja, ich ähm Ja, ja Er ist gerade Er ist gerade ganz in der Nähe von mir Ja Ja, okay In einer halben Stunde Oh Ja, das könnte Hm Ja Ähm, kleinen Moment mal eben Herr Stummelbein Könnten Sie mal eben bitte warten? Ich müsste hier mal ganz kurz Ja, ganz kurz eben warten Bis Sie ein bisschen Geduld haben Das wäre sehr nett Ähm, so, da bin ich wieder Ich musste mal eben kurz Ja, es sind die Es sind die Geister, ne Es ist Kennt man ja, ne Die sind immer so ein bisschen Ungeduldig Ähm, also in einer halben Stunde Können Sie dann kommen Ja, super, gut Ich warte Ich warte Am Bug Ich warte am Bug vom Schiff Okay Ja Ja, okay Ähm Mit dem Helikopter kommen Sie Alles klar Super Perfekt Klasse Alles klar Gut Wie gesagt Ich warte dann auf Sie In einer halben Stunde Wir sehen uns dann Dankeschön auf jeden Fall Ja, gut Tschüss Ja Auf Wiedersehen So, ich hab mal eben kurz die Ghostbusters angerufen Ne Die kommen in einer halben Stunde vorbei So, ist er wieder weg Flackendes Licht Flackalala 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 Das Licht Ich glaube aber Ja, die Kette ist dran Die ist auf jeden Fall dran Geil Oh, ja Geil Leute Sehr gute Chancen für uns Sehr, sehr gute Chancen für uns Also das Teil ist Mal kurz verstecken Verstecken, sagte ich Runter da Los, rein da Oh Unsere sichere Kiste So, okay Wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das, Leute Wir schaffen das Ich darf jetzt nur nicht ungeduldig werden Ich bin nicht ungeduldig Ich laufe hier die ganze Zeit nur vor der Kiste rum Es ist nicht ungeduldig sein Ich dachte gerade, das Licht hätte geflackert Und jetzt? Okay Da kommt er wieder Ich verstecke mich wieder Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen muss Ich habe das Teil jetzt runtergelassen Oder ist es schon ganz unten? Ich weiß es nicht Hätte ich den Kran noch ein bisschen nach rechts machen müssen? Ich hoffe wirklich Der findet mich hier nicht Ich hoffe wirklich Zum Glück ist das 4 nicht Bitte, hau ab Bitte, bitte hau ab Ich wollte gerade noch sagen Ich wollte gerade noch sagen Zum Glück ist das 4 nicht so intelligent Wie bei Alien Isolation Das Alien Das Alien in Alien Isolation Das ist ja glaube ich Mit eins der intelligentsten KIs Die je in einem Videospiel entwickelt wurden Also nicht ohne Ja, ja, ja Ist sehr gut Ich habe die Ghostbusters schon angerufen Keine Angst So, ist er wieder? Er ist noch da Er ist noch da Er macht immer diese Brummgeräusche Immer so ein bassartiges Geräusch Keine Ahnung Ben Oh, 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 oh Der will da auch nicht abhauen, ne? Der gibt nicht auf Der Junge gibt einfach nicht auf Man hört aber, wenn das Brummen weggeht Dann haut er langsam ab So Die Kiste ist geil, Alter Die ist gut Noch flackert das Licht Erst noch ist er in der Nähe Also wenn das Licht flackert Ist er in der Nähe Wenn das Licht komplett ausgeht Dann ist er ganz nah Das ist er in unmittelbarer Nähe So, jetzt ist das Ne, jetzt flackert es wieder Jetzt ist er da hinten Irgendwo gerade am rumstädänzeln Ja, jetzt ist er weg Ich habe eine Eieruhr Das Teil hängt noch Das Teil hängt noch Das Teil hängt noch, das schwimmt noch nicht Ich verstehe es gerade nicht Muss ich irgendwie Muss ich irgendwie was lösen oder so? Warte mal Muss ich eine Etage nach unten vielleicht? Oh ne, so fährt er das wieder hoch Ich verstehe Hm Was ist das hier? Off On Achso Okay Jetzt müssen wir natürlich Ich wette Wir müssen jetzt bestimmt Irgendwie nach unten gelangen Okay Treppenhaus Hoffentlich kommt er jetzt hier nirgendwo hochgedackelt Scheiße Hakt dich doch nicht fest, du Ja, genau Das waren die Platten Steh doch auf, Mann Bleib da doch nicht stehen Du Hurensohn Oh Steh auf Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Nö Du kriegst mich nicht Das kannst du vergessen, du Mist Ich bin nur über die Platte gestolpert Scheiße Oh, Alter Was ne Folge Was ne Folge Alter, ich hab so ne Suppe in der Hose Nein Nö, nö Nö, nö Nö, nö Gehen sie bitte wieder raus Gehen sie bitte wieder raus Wenn er mich jetzt hier sieht, ne Hau ab Hau ab Lass den Schuh in Ruhe Geh weg mit deinem blöden Stummelbein Ey, ich meine Welche wunderschöne Beine Genau Alter Hab ich Alter Ich kacken Biber, Alter Ich fressen Föhn, ey Ich kacken Sack voll Rindenmulch Was ist hier los, ey Alter Finne Boah Der blöde Saftarsch, Alter Der blöde Saftarsch Nö Der hat mich hier nicht gesehen Alter Hab ich Alter Ich bin the luckiest Luckiest man of the world Oder so Ich hab keine Ahnung Ich bin einfach nur noch fertig mit den Nerven Komplett fertig Ich will nach draußen Ich will gerne nach draußen Hier bin ich ja gerade eben reingedackelt So ein Scheiß Hör auf zu piepen Hör auf zu piepen Scheiße Hab ich noch Ducktape? Ich hab das Ducktape nicht mehr So ein Mist Ich muss hier irgendwo raus Ich muss hier Wo bin ich jetzt Auf welcher Etage Warte mal Hier steht nichts Deck 6 Viel zu hoch Ich glaub wir müssen Deck 5 Oder so Oh weh Der hockt jetzt hier irgendwo rum Hier Leise Halt die Schnauze Wirklich halt die Schnauze Ich will hier nur noch weg Boah alter mein Herz ne Scheiße Komm Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will jetzt doch nur einmal Einmal will ich es schaffen Und wenn es nur Dieses blöde Luftboot Dings gedönstes Rettungsschiff Ich hab doch keine Ahnung Mann halt doch die Fresse Ich will ich einfach nur noch weg Hier Müssen wir hier hin? Gott das Licht Es flackert Ja 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 Gott das Licht Schlezzo Ger거든 Entfernahme Ja Entfermed Ja Entfer underestimate Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020